Liebe Lehrerinnen und Lehrer und noch liebe Schülerinnen und Schüler. Und schon ist wieder ein Jahr vorbei und da bin ich wieder mit einer neuen Schularena Adventsüberraschung. Und dabei natürlich auch mein Eseli, das Berteli. Hier mal winken, Berteli. Ja, du bist ein liebes Tier, gell? Ja, also dieses Jahr bin ich in Geheimermissionen unterwegs. Ich programmiere nämlich ein Computerspiel. Aber leider bin ich nicht so gut am Computer und ihr müsst mir helfen. Aber Achtung, der Spielcode, der ist geheim. Und ihr kommt ihn erst über, wenn ihr alle Rätsel richtig gelöst habt. Mit jedem Rätsel, den ihr richtig macht, gibt es einen Buchstabencode, den ihr in einem QR-Code müsst ausmalen. Am Ende kommt ihr dann auf einen Scratch-Code, den ihr zu einem Spielen müsst zusammensetzen. Aber, wie gesagt, alles geheim. Es gibt nämlich verschiedene Leute, die scharf sind auf den Code. Einige haben es sogar schon versucht, ihn zu stellen. Darum bin ich dieses Jahr oft in meinem Hütchen hier hinten am Arbeiten. Damit mir niemand in die Karte respektive auf den Bildschirm schauen kann. Ausser dir natürlich, gellet? Ihr seid natürlich meine lieben Wichtelhelfer. Ohne euch geht es gar nicht. Es erwartet euch spannende Stationen mit knackigen Fragen, Rätsel und Aufgaben. Übrigens ist auch dieses Jahr die ganze Rätselreihe fast papierlos. Haja, schliesslich müssen wir auf Bäume, Sorge tragen und auf die Umwelt achten. Wichtig ist, dass ihr keine Lösungen ausplaudert oder weitergeht. Sonst macht die ganze Sache natürlich keinen Spass. Und der Code gerätet gar in falsche Hände. Das wollen wir nicht, gell Berteli? Also, lasst mich nicht im Stich. Rätselt kräftig mit. Und habt vor allem viel Spass mit unserem Produkt Sentas Game. Und habt vor allem viel Spass mit unserem Produkt Sentas Game.